Hallöchen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ja, dass ich diesen Satz mal sagen werde, hätte ich selber nicht gedacht, aber who cares, hier ist es soweit. Mein allererstes YouTube-Video. Ich weiß, einige von euch werden sich jetzt denken, um Gottes Willen, jetzt fängt die auch noch damit an oder werden jetzt anfangen über mich zu lästern, zu lachen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe für mich einfach beschlossen, es ist jetzt an der Zeit, ich habe darauf Bock. Ich probiere es einfach aus, wer weiß, vielleicht würde ich es bereuen, wenn ich es nicht machen würde. Ja, man sollte weniger darauf achten, was die anderen Menschen von einem denken und einfach das machen, worauf man Lust hat. Und hier bin ich. Ich fange an mit YouTube. In meinem nächsten Video werdet ihr mehr darüber sehen, warum ich das gemacht habe. Ein paar Sachen zu mir vielleicht, zu meiner Person. Ähm, ja, wie gesagt, warum ich jetzt mich dazu interessiert habe, mit YouTube anzufangen. Allerdings dachte ich mir, für mein erstes Video wäre ein bisschen was Cooleres, äh, auf jeden Fall drin. Und ich habe euch meine kleine Reise nach Hamburg gefilmt. Und zwar bin ich nach Hamburg gefahren für einen Videodreh, für eine Sendung. Und zwar eine Sendung mit Hey Aaron. Die Sendung könnt ihr ab dem 1. Juli auf dem YouTube-Channel Was kostet was von Ebay Kleinerns eingesehen. Und ich freue mich schon ganz arg. Ich weiß noch nicht genau, wann meine Sendung ausgestrahlt wird oder die Sendung, in der ich eben mitgespielt, mitgemacht habe. Ähm, aber ich sage euch dann auf jeden Fall Bescheid. Wahrscheinlich über Instagram. Ähm, ja, genau. Und ich habe einfach den Tag gestern mitgefilmt. Und ja, ein paar coole Sachen sind, ähm, passiert. Ich konnte leider kein Intro in der Bahn drehen, was ich eigentlich vorhatte, weil die Bahn war komplett überfüllt. Es war kein einziges Sitzplatz mehr frei. Ähm, deswegen war mir das ehrlich gesagt einfach unangenehm, dort dann eine Anmoderation bzw. ein Intro zu drehen. Deswegen habe ich nur einen Mitschnitt von ganz vielen Schnittbildern gefilmt. Und ja, aber seht einfach selber. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist nur ein kleiner Einblick. Aber, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich wünsche euch auch Und das ist doch schon, wie ist das eine Maske? Nein. Freunde, neulich auf YouTube bin ich auf den krassesten Channel ever gestoßen. Lena Wagner. Unbedingt abchecken. Kein Video verpassen. Glocke aktivieren. Channel abonnieren. Kommentieren. Daumen hoch. Keine runter. Und checkt's aus. Die süße Maus. Ich bin raus. In der Haus. Killer Digga der Baus. Ciao.